Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 14. Mai und das hier sind heute unsere Themen. Delivery Hero plant die Rückkehr nach Deutschland. Gorillas verliert einen weiteren Mitgründer. Die BaFin fordert Maßnahmen gegen Finanzkriminalität von N26. Softbank meldet einen Rekordgewinn. Und Katie Woods steigt bei der Schweizer Kryptofirma 21 Shares ein. Ja und ich hoffe, dass die Väter unter euch so einen richtig coolen Vatertag hatten, dass die Fußballfans unter euch einen richtig coolen TV-Abend hatten und dass vor allem aber auch die Gründerinnen und Gründer so ein bisschen ausspannen konnten an dem Feiertag. Wir haben das ein bisschen ignoriert, wir haben weitergearbeitet und haben zwei richtig coole Sendungen produziert, finde ich. Die eine kommt heute Vormittag, da ist zu Gast Christoph Behn von Better Ventures. Wir haben gesprochen zum einen über zwei sehr spannende Themen, aber was viel cooler ist, Christoph hat einen Gast mitgebracht, nämlich Stefanie Meyer von V-Coach und da konnten wir ein Investment verkünden und zwar exklusiv. Worum es dabei geht, der Name verrät es ein bisschen, aber worum es dabei geht, wird uns Christoph gleich erklären. Und das finde ich total cool, also auf jeden Fall mal ein exklusives Investment hier im Rahmen unserer Reihe Investments und Exits. Und heute Nachmittag dann zu Gast Peter Specht von Creandum. Mit ihm habe ich gestern Abend gesprochen und wir haben nochmal zwei Investments des Tages durchgesprochen. Zum einen haben wir den Influencer-Markt besprochen und zum anderen haben wir das Thema Mental Health besprochen. Da gab es zwei Rieseninvestments, zum einen in ein Startup, wo eVentures investiert ist und zum anderen in ein Startup, wo Project A investiert ist. Also das heute Nachmittag und was ich total cool finde, bei uns ist außerdem heute Nachmittag zu Gast Johannes Siebers. Er ist der Co-Gründer und CEO von Hollidoo und da gab es ja gerade eine 37-Millionen-Runde und das Interview ist aus mehreren Gründen total interessant. Zum einen finde ich natürlich, also 37 Millionen ist erstmal echt eine ordentliche Hausnummer, aber zum zweiten, wie geht es denn eigentlich dem Reisemarkt? Darüber habe ich mit Johannes gesprochen und dann, was bei Hollidoo total spannend ist, beziehungsweise die haben auch noch ein zweites Unternehmen und die verfolgen insgesamt einen sehr spannenden Ansatz, nämlich ein B2C-Modell auf der einen Seite und ein B2B-Modell auf der anderen Seite. Und das erscheint mir sehr vielversprechend und ich glaube, das ist auch ein Modell, was viele, viele andere Branchen noch adaptieren könnten. Also lasst euch da mal inspirieren. Das alles heute Nachmittag so circa ab 14 Uhr. Jetzt aber erstmal die Nachrichten mit Anne Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt. Diese Folge wird präsentiert von Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace-Management in deinem Unternehmen. Bei Lendis mietet ihr die gesamte Technik- und Büroausstattung, die ihr zum Arbeiten benötigt und könnt diese ganz einfach über die Lendis-Plattform digital verwalten. Ganz egal, ob für das Homeoffice, das Office oder beides. Der Lendis-Service funktioniert so, dass ihr zunächst in der Lendis-Plattform das Sortiment konfiguriert, das ihr euren MitarbeiterInnen anbieten wollt, zum Beispiel Laptops, Smartphones und Büromöbel, eure MitarbeiterInnen können sich dann einfach bei Lendis einloggen und das bestellen, was sie haben möchten. Lendis übernimmt dann die Lieferung und Montage bis ins Wohnzimmer eurer MitarbeiterInnen. Wenn ihr neues Equipment braucht, euch vergrößern oder alte Geräte austauschen wollt, dann ist Lendis definitiv der richtige Partner für euch und wird beispielsweise schon von Infarm oder Personio als skalierbare und flexible Lösung genutzt. Schaut euch Lendis doch einfach selbst einmal an unter www.lendis.io Mit dem Gutscheincode startup-insider bekommt ihr dort die ersten zwei Monatsmieten geschenkt. Den Link zur Seite findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Startup Insider Daily. Nachrichten. Well, very simply put, you know, here we are, this company is worth, what, 100 billion US dollars and they're completely obsessed with us. They're constantly talking about us. They put us, I think in that interview, they've mentioned us about 10 times. You know, at some point it doesn't make sense anymore. They need to start focusing on themselves and not on us. And therefore I said, well, you know, apparently you want to do something to us if you're talking about us rather than about your own expansion. And that was the nature of my tweet. I made no harm with it. Delivery Hero plant die Rückkehr nach Deutschland. Nachdem der Essenslieferdienst Delivery Hero vor zwei Jahren sein Deutschlandgeschäft an den Konkurrenten Takeaway verkauft hatte, kündigt das Unternehmen nun die Rückkehr nach Deutschland an. Unter dem Namen Food Panda sollen die Geschäfte hierzulande wieder aufgenommen werden. Delivery Hero war seit dem Verkauf an die niederländische Konkurrenz vor allem in Südostasien aktiv, obwohl es an der deutschen Börse notiert war. Die Ankündigung Delivery Heroes kann zugleich als Kampfansage an die Schnelllieferdienste wie Gorillas angesehen werden. Delivery Hero-Gründer Niklas Östberg kündigte an, die Position als Marktführer übernehmen zu wollen. Hierbei setze man weniger auf große Marketingaktionen, sondern primär auf einen unschlagbaren Service. Gorillas verliert weiteren Mitgründer. Innerhalb von wenigen Monaten verlässt ein weiterer Mitgründer den gehypten 10-Minuten-Lieferdienst Gorillas. Erst im Februar verabschiedete sich Jörg Kattner. Nun folgt COO Felix Krobock, welcher das Unternehmen scheinbar bereits Ende April verlassen hatte. Einen genauen Grund für seinen Austritt nennt Gorillas bislang nicht. Einer Quelle aus dem Unternehmen zufolge sollen familiäre Angelegenheiten der Grund dafür gewesen sein. Zeitgleich präsentiert Gorillas-Chef Kagan Sümer mit Ronny Schibley als CTO, Ronny Gottschlich als CCO und dem expansionsverantwortlichen Kannberg-Donmes ein erweitertes Management-Team für das schnell wachsende Unicorn. Die Rappidly-Growing e-Commerce ist ein schwerer Schmerz für viele Logistische Unternehmen. Die Last Mile-Delivery ist nicht mehr eine Plane-Transportation für nur ein Produkt-Type zu einem Destination. Rather, es betrifft die Delle von vielen verschiedenen Produkten und Service zu vielen verschiedenen Receiveren, mit hohen Spektations auf Service Levels und präzise Time-Windows. Der Markt ist sehr kompetitiv. Top-Challenges betrifft die erhöhten Komplexität sowie die minimale Kosten pro Stop. Westwing kündigt eigene Last-Mile-Services an. Die letzte Meile bleibt ein stark umkämpftes Umfeld. Nach HelloFresh hat nun auch der Interior-Anbieter Westwing einen eigenen Lieferservice für die letzte Meile angekündigt. Im Zuge dessen solle die Zustellung über externe Paketdienstleister sukzessive auf eigene Mitarbeiter verlagert werden. Derzeit laufe bereits ein Pilotprojekt mit rund 30 Mitarbeitern in München. Dieses solle anschließend auf andere Metropolen ausgeweitet werden. Bafin fordert Maßnahmen gegen Finanzkriminalität von N26. Die Finanzaufsicht Bafin hat die Neobank N26 dazu aufgefordert, künftig stärker gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzugehen. Die Bank habe interne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen sowie ihre Sorgfaltspflichten zur Prävention von Finanzkriminalität einzuhalten. So sollen beispielsweise illegale Finanztransaktionen schnellstmöglich identifiziert und blockiert werden. Dies bedinge laut Bafin auch eine, Zitat, angemessene personelle und technisch-organisatorische Ausstattung zur Einhaltung ihrer Geldwäscherechtlichen Verpflichtungen. Im Zuge der Rüge stellt die Finanzaufsicht N26 einen Sonderbeauftragten zur Seite, der die Umsetzung der geforderten Maßnahmen überwachen soll. Ein Drittel der Online-User haben Angst vor Cybercrime. Einer neuen Bitkom-Umfrage zur Folge haben viele Online-Nutzer größere Angst vor Bedrohungen aus dem Web als vor solchen im realen Leben. So sei es die größte Angst der Nutzer, die eigenen Geräte im Web mit Schadprogrammen zu infizieren. Außerdem fürchte sich über die Hälfte der Befragten davor, dass Cyberkriminelle ihrer Passwörter habhaft werden und diese ihre Online-Kunden illegal nutzen. Zeitgleich treffen viele Nutzer keine ausreichenden Maßnahmen, um sich vor Online-Attacken zu schützen. Hierzu zählten laut dem Sicherheitsexperten der Bitkom Sebastian Arz sichere Passwörter für jedes Konto, Vorsicht bei E-Mails und Anhängen, sowie permanente Aktualisierungen bei Betriebssystem und Software. Für die Studie wurden 1.198 Personen in Deutschland im Alter von mindestens 16 Jahren befragt. Kathi Wood steigt bei Schweizer Kryptofirma 21Shares ein. Die New Yorker Star-Investorin Kathi Wood ist mit ihrem Venture-Fonds ARK Invest bei der Schweizer 21Shares AG eingestiegen. 21Shares beschreitet einen neuen Weg bei der Auflage von Krypto-ETPs und leistet Pionierarbeit zum Verständnis dieser neuen Anlageklasse. Es erfüllt mich mit großer Begeisterung, 21Shares auf diesem Weg zu unterstützen. So die 65-jährige Investorin über ihre neue Beteiligung an 21Shares. Wood wird dort zukünftig außerdem als unabhängiges Mitglied des Board of Directors fungieren. Hier in Tokio sits the headquarters of Japanese massive conglomerate SoftBank. It started as a software distributor, grew into a telecom giant and now spans many different industries, pouring billions of dollars into the likes of Alibaba, Uber and WeWork. Its founder and CEO meets with Donald Trump and forms business deals with Saudi Arabia's royal family. And yet it's a company you may know little about. Hier konnten vor allem die 40-prozentige Beteiligung an der südkoreanischen E-Commerce-Plattform Coupang punkten, deren Börsengang im März 2021 SoftBank einen Gewinn von 24 Milliarden US-Dollar einbrachte. Weitere Gewinne kamen aus Beteiligungen wie dem Börsengang des Essendlieferanten DoorDash, dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an US-Telekommunikationsunternehmen Sprint, an T-Mobile US und dem Börsengang von Auto1 im Februar 2021. Wir schauen jetzt einfach mal auf CoinMarketCap, um uns einen Überblick über Shiba zu verschaffen. Und wenn wir alle Kryptowährungen einmal nach der Performance in den letzten sieben Tagen sortieren, sehen wir, dass hier Shiba Inu mit Abstand auf Platz 1 hockt. Wir sehen hier also die besagten 1700% oder noch mehr und den großen Abstand zu ein paar weiteren Coins wie Revain oder Telcoin, welche natürlich immer noch sehr gute Rendite gemacht haben, allerdings nicht vergleichbar sind mit Shiba. Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin lässt Shiba Inu abstürzen. Der Dogecoin-Klon Shiba Inu, SHIB, sowie zahlreiche andere der gehypten Hunde-Coins haben einen rapiden Kursverfall verzeichnet. Die relativ neue Kryptowährung Shiba Inu konnte in den letzten Tagen zunächst einen Kursanstieg von 3000% verbuchen und verzeichnete somit eine Marktkapitalisierung von knapp 13 Milliarden US-Dollar. Somit zählte die Währung zur Top 20 der weltgrößten Kryptowährungen. In einer Stellungnahme hat die weltgrößte Kryptobörse Binance darauf hingewiesen, dass 50,5% aller SHIB-Coins auf einer einzigen Adresse liegen würden. Diese gehört, wie sich später herausstellte, Vitalik Buterin, dem Erfinder des Ethereum-Netzwerks. Die Entwickler des SHIB-Coins hatten ihm rund 50% aller Token überschrieben, die dieser nun im größeren Stil verkauft. Infolgedessen ist der Kurs des SHIB massiv eingebrochen und lag bei Redaktionsschluss bei rund 6,5 Milliarden US-Dollar. Facebooks Digitalwährung zieht in die USA um. Die von Facebook initiierte Diem Association hat ihren Antrag auf Bewilligung einer digitalen Währung bei der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde Finmar zurückgezogen. Quasi zeitgleich sei man eine Partnerschaft mit der US-Bank Silvergate eingegangen. Dabei wird auch der Hauptsitz der Organisation von der Schweiz in die USA verlegt. Das Diem Payment Network soll als Gelddienstleistungsunternehmen beim US-Finanzministerium registriert werden, da Silvergate den Diem als Stablecoin auf Basis des Dollars herausgeben werde. Der Diem Association gehören aktuell 26 Mitglieder an. Motorola will Handys über die Luft laden. Der an Lenovo verkaufte Handyhersteller Motorola präsentiert eine Studie, der zufolge das drahtlose Laden von Handys über fokussierte Wellen durch die Luft ermöglicht werden soll. Hierzu habe man eine Kooperation mit dem Start-up Guru Wireless abgeschlossen. Laut Motorola handele es sich hierbei um die nächste technologische Stufe nach dem drahtlosen Laden über Induktion. Durch diese Technologie könnten mehrere Geräte im Radius von einigen Metern gleichzeitig geladen werden, selbst wenn diese in Bewegung sind. Microsoft und Adidas planen Xbox-Sneaker. Nachdem bereits der Technologie-Gigant Sony angekündigt hatte, mit dem Sporthersteller Nike kooperieren zu wollen, um Schuhe zu entwickeln, die an die PlayStation 5 erinnern sollen, ranken sich nun Gerüchte um die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Adidas. Der deutsche Sportartikelhersteller soll demnach Sneaker im Xbox-Design auf den Markt bringen wollen. Diese sollen im Juni 2021 als Tech-Boost mit Xbox-Branding erscheinen. Weitere Modelle seien für den Oktober und November vorgesehen. Alle genannten Sneaker sollen in schwarzen Kartons mit grünen Akzenten und dem Xbox-Logo ausgeliefert werden. Aufruf an alle wachstumsstarken P2C-Startups. Bewerbt euch jetzt für den Seven Venture Pitch Day 2021 und gewinnt 3 Millionen Euro Werbe- und Produktionsbudget für euren eigenen TV-Spot. Jetzt bewerben unter sevenventure.de Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 14.05. Ich gebe ab an Jan Thomas. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Christoph Behn von Better Ventures Präsentiert von Beiten Burkhardt Euren Partnern Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit Also ich freue mich sehr Christoph Behn ist wieder hier von Better Ventures Hallo Christoph Moin Jan Freut mich wieder dabei zu sein Ja freut mich auch sehr und ich freue mich noch mehr weil du hast ja quasi was Besonderes mitgebracht Wir starten ein Experiment und ich würde sagen wir schalten mal Stefanie Meier zu von V-Coach Hi grüß dich Ja Stefanie hi Und jetzt fragen sich die Hörer wie kommt Stefanie hier in diese Runde und vielleicht möchte Christoph das Intro machen denn der hat uns jetzt hier zusammengebracht Das kann ich sehr gerne machen Also erklärt sich glaube ich relativ einfach wir haben mit Better Ventures kürzlich in V-Coach investiert sind schon ehrlicherweise schon seit einigen Monaten im Austausch gewesen und haben das Team um Stefanie sind tolle Gründerinnen und Gründer jetzt kürzlich mit anderen Angel Investoren eine Angel Runde gemacht ob das kann Stefanie wahrscheinlich sogar noch viel besser selbst erklären vor allem kann sie viel besser erklären was sie eigentlich tun die Firma heißt V-Coach und Stefanie sagt doch mal ein, zwei Sätze kurz ist wahrscheinlich der beste Pitch was ihr eigentlich konkret macht Sehr gut Vielen Dank Christoph für das Intro Wir bei V-Coach wir machen Soft-Skill-Trainings für Unternehmen für die ich keinen Trainer brauche und trotzdem Feedback bekomme ermöglicht wird das Ganze durch künstliche Intelligenz und das Ganze bedeutet dass die Trainings so einfach und skalierbar sind wie E-Learnings aber so viel Wirkung haben wie Präsenz-Trainings Ich habe mir das bei euch auf der Webseite angeguckt da habt ihr ein paar ganz spannende Videos finde ich die das ganz gut veranschaulichen aber bevor wir jetzt über V-Coach im Detail reden lasst uns nochmal vielleicht über die Runde sprechen weil so kommen wir ja jetzt hier auch zusammen Christoph was hat euch denn an V-Coach so gereizt? Also ich bin erstmal persönlich ein Fan von Growth Mindset also persönliche Weiterentwicklung und es ist aber etwas was uns immer schwer fällt und wenn ich jetzt zurückdenke an meine Phasen und ich denke ich habe jetzt schon ein relativ privilegiertes Arbeitsumfeld gehabt würde ich mal so sagen bei W-A-N irgendwie sehr gute Trainings Gruppentrainings gehabt aber ich war nie ein Fan von Gruppentrainings erstens zweitens ich war nie also ich hatte jetzt schon die Möglichkeiten viel mehr als alle anderen oder viele andere weil ich in einer durchaus sehr gut organisierten Firma unterwegs war mit so ganz vielen High Potentials und was ich an V-Coach eben toll fand war die Möglichkeit durch Einsatz von Technologie das eben auch der breiten Masse zur Verfügung zu stellen sodass jeder wenn er möchte und Lust daran hat eben wachsen kann persönlich primär mal aktuell an Präsentationsskills eben das ist der erste der erste Wurf gewesen und das fand ich super spannend aber eben daraus eben mehrere Softskill Trainings zu entwickeln die du immer wieder aufrufen kannst und das hat uns immer mal technisch vom Approach überzeugt generell das Team wir haben im Team mehrere Gespräche geführt sind wie gesagt schon länger im Austausch gewesen auch die haben relativ lange bootstrapped fand ich toll sehr diverses Team und das hat uns glaube ich in der Summe einfach überzeugt haben schon echt einige zahlende Kunden auch das ist natürlich etwas was man als Investor gerne sieht und haben einfach wenn man jetzt mal auf das Geschäftsmodell schaut mit Stephanie auch und den anderen eben ein sehr diverses Gründerenteam das sagen wir mal die Skills mitbringt die du und die Mindsets mitbringst und die Erfahrungswerte mitbringt die wir glauben man braucht um so ein Geschäftsmodell groß und erfolgreich zu machen das nehme ich nochmal als Brücke zu dir Stephanie also das Team und auch vielleicht kannst du mal die Genese oder die Ideenfindung und euren Background nochmal kurz beschreiben wie kamst du denn überhaupt zu der ganzen Idee von WeCoach ja es ist lustig dass du es gerade gesagt hast Christoph ich habe nämlich genau den gleichen Background und Benjamin ebenfalls wir waren in der Unternehmensberatung haben an sehr sehr vielen Trainings selbst teilgenommen und haben die auch immer als essentiell wichtig empfunden aber eben mit Schwächen also sie sind nicht flexibel es sind immer zwei Tage die geblockt sind sie sind nicht skalierbar und das Wichtigste ist ich schaffe es selten die Dinge wirklich auf die Straße zu bringen danach und das war unser Hauptansatz zu sagen wie kann man Trainings effektiver und einfacher machen um eben die Wirkung zu erzielen ergänzt wird unser Gründerteam mit dem Clemens der ist Forscher im Bereich Softskill-Messung das heißt der schaut von der wissenschaftlichen Seite drauf forscht seit 10 Jahren im Bereich Softskill-Messung und ist deutscher Meister im Debattieren und der Tobias Tobias ist unser CTO der ist Machine Learning Experte und Physiker und steht selbst gern auf der Bühne er ist TEDx Speaker nämlich zusätzlich und so verbindet uns alle wirklich sehr sehr viel mit diesem Thema persönliche Weiterentwicklung aber jeder eben von seiner Perspektive und von ein bisschen anderer Perspektive und das macht die Zusammenarbeit so toll und so produktiv auch zwischen uns und wir sprechen jetzt über eine Pre-Seed-Runde aber nichtsdestotrotz ihr habt ja wirklich klangvolle Namen da jetzt noch gewinnen können also neben Better Ventures natürlich sind noch eine ganze Reihe an Business Angels dazu gekommen vielleicht kannst du da nochmal schnell durchführen und auch erzählen was ihr von denen vielleicht erwartet wie habt ihr die denn ausgesucht und was bringen die denn vielleicht für eine Diversität noch mit ja dazu ich würde jetzt nicht auf alle Einzelnen eingehen aber in Summe ist es wirklich ein ganz toller Mix aus ehemaligen Gründern aus B2B-Experten und professionellen Angels ich nenne einfach mal ein paar neben Christoph ist zum Beispiel der Josef Aweck mit dabei der ist ehemaliger Kommunikationschef von Porsche der Klaus Mantl ist mit dabei ehemaliger Geschäftsführer von Expertier und der Björn Kolbmüller Gründer von Flaconi und Zenloop und wir haben wirklich da ein ganz tolles Angels Team an den Start gebracht wo wir uns eine sehr produktive Zusammenarbeit auch erwarten und Christoph du hast ja gerade schon gesagt euch haben die ersten Kunden die zahlenden Kunden auch schon gefreut ich habe mir euer Pricing angeguckt ich war tatsächlich so ein bisschen am überlegen weil ich finde es relativ teuer aber jetzt komm ich bin jetzt auch nicht jemand der dauernd mit Coaches zu tun hat man kann sich so ein Pricing ja von zwei Seiten nähern wie habt ihr euch denn der ganzen Sache oder wie seid ihr zu dem Pricing gekommen wir haben uns value-based tatsächlich genährt wir haben gesagt es muss günstiger sein als das klassische Gruppentraining das ich habe aber gleichzeitig haben wir auch den gleichen wenn nicht sogar einen höheren Wert als ein Gruppentraining und deshalb sind wir mit einer Größenordnung von unter 300 Euro pro Teilnehmer da sehr sehr kompetitiv unterwegs deutlich günstiger als die Gruppentrainings mit denen wir uns vergleichen und je mehr Nutzer ich habe das ist ja das Schöne daran dass es sehr skalierbar ist desto günstiger wird auch der Preis pro Nutzer und weil du gerade gesagt hast das klingt teuer es wäre tatsächlich teuer für den B2C Markt ist aber im B2B Markt sehr sehr üblich und Preis kann ich sagen war tatsächlich noch nie ein Thema Fantastisch haben wir denn ansonsten noch was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht was du gerne auch loswerden möchtest also zum Beispiel sucht ihr gerade Leute vielleicht noch wie geht es mit der nächsten Runde weiter oder wahrscheinlich sind Kunden auch ein tolles Thema nochmal ne Genau also wir suchen sowohl Kunden als auch Leute und sehr sehr gerne würde ich das hier auch nochmal sagen wir suchen im Tech Team und im Sales Team gerade jemand das heißt unseren zukünftigen Frontend Development Lead wenn sich da jemand angesprochen hat der Lust auf Führungserfahrung hat und React-Erfahrung mitbringt oder auch bei mir im Sales Team Leute mit ein, zwei Jahren B2B-Erfahrung super super gerne melden Super und die Webseite kannst du vielleicht auch nochmal kurz nennen? Genau Website ist www.vcoach.ai also vcoach.ai und jederzeit uns kontaktieren über LinkedIn oder info at vcoach.ai Super Stephanie ja du dann vielen Dank dass du hier warst ich finde es großartig wir haben eine exklusive Nachricht quasi im Interview hier verkündet das ist super Glückwunsch nochmal zu Better Ventures an Better Ventures natürlich auch aber auch zu Better Ventures als Investorin ich kenne Christoph ja jetzt auch schon ein bisschen länger ich glaube da werdet ihr auf jeden Fall eine tolle Partnerschaft haben vielen vielen Dank hat Spaß gemacht mit euch dann bis bald viel Erfolg danke cool Christoph das war jetzt super mit Stephanie finde ich aber wir haben ja noch ein zwei andere Themen über die wir nochmal sprechen wollen du hast mitgebracht Vinted habe ich gesehen richtig genau die haben nochmal ich muss mal die Buchstaben zählen im Alphabet aber ich glaube die nennen sich jetzt Series F haben sie gemacht mit knapp 250 Millionen auf einer Pre-Money Valuation von irgendwie 3,5 Milliarden Wahnsinn ich meine Vinted kennt man ja schon ganz gut würde ich so sagen so ein klassisches die nennen sich glaube ich C2C Marktplatz für Reused Fashion also Second Hand Fashion da gibt es ja noch ein paar andere drumherum die waren ja auch in Deutschland hatten die glaube ich Mami Kreisel und Kleiderkreisel glaube ich sind auch ein bisschen auf Shopping Tour gewesen schon im Ausland aber schon spannend also kennst du das ganze also das ganze Thema Fashion und gerade Fast Fashion und so was da alles sagen wir mal entsteht an CO2 Footprint und Plastikmüll der da raus weil viele der Stoffe sind ja heute ein Mix aus Baumwolle oder halt natürlichen Stoffen und Plastik damit die sich irgendwie weicher anfühlen länger halten irgendwie atmungsaktiver sind pipapo ist dann aber eigentlich quasi fast Sondermüll haben wir da auch mit Startups gesprochen im letzten Jahr die das versuchen wieder zu recyceln ist tatsächlich nicht ganz einfach aber gibt es so ein paar Ansätze aber ich meine einfacher ist es natürlich im allerersten Schritt mal dass du einfach die Klamotten länger nutzt und nicht irgendwie alle drei Monate die neue Klamotten kaufst und da hilft halt Vinted und die anderen Marktplätze und Firmen dazu deswegen finde ich es grundsätzlich toll dass das da vorangeht aber ist jetzt auch kein neues Thema also ist natürlich ein spannendes Thema aber irgendwie ja altbekannt würde ich mal sagen ja wobei die Runden du wirst ich finde das ist halt noch spektakulär ja also weil also ich habe mich gefragt dabei ob das irgendwie so ein Thema jetzt die Generation Fridays for Future ob die jetzt hier quasi nochmal eine Rolle spielt dass man mal sagt der Markt wird nochmal deutlich größer als man es vielleicht erwartet hat ja also das ist eine gute Frage also das ist so auch so die das spielt sicherlich mit rein das sehen wir bei einigen Firmen die wir natürlich auch um uns herum das ist ein riesen Thema ist einfach CO2 Footprint und dass das einfach mehr in das Consumer Mindset reinkommt ja und ich weiß gar nicht ob das Vintage schon so präsent macht aber ich denke dass die Leute einfach anfangen da noch darüber nachzudenken über das Thema Plastik und Klima ganz allen voran und dann ich glaube das ja auch mit rein spielt das ist halt ein E-Commerce leider das heißt Retail hat verloren wenn man mal ganz ehrlich ist im letzten Jahr und E-Commerce hat gewonnen also die werden natürlich auch davon profitiert haben so gesehen spielen da wahrscheinlich mehrere Themen mit rein und siehst du dass die vielleicht also Kleiderkreisel haben sie gekauft und umgebrandet das habe ich schon mal sehr bemerkenswert gesehen weil ich finde so eine Marke einfach wegzuschmeißen ist natürlich auch mutig aber könnte es sein dass die dann auch anfangen wie zum Beispiel so ein Momox oder Rebuy sich einfach in verschiedene andere Segmente im Secondhand Bereich noch auszudiversifizieren das ist eine gute Frage ich habe da immer mal mit jemandem darüber gesprochen tatsächlich weil ich selbst jetzt nicht der Expert dafür bin meine Vermutung wäre dass es wahrscheinlich schon echt schwierig ist was du für ein das eine ist zwar die Sachen reinholen und wieder also die Inbound Outbound Logistik das ist ein Riesenthema bei diesen ganzen Sachen wobei das ja hier glaube ich C2C ist bin mir jetzt gar nicht sicher ob Vinted quasi die Klamotten selbst reinholt und wieder rausschickt das sind ja Momox und so die machen das ja das ist wirklich schon ein Riesenunterschied das muss so also generell aber das Thema da gibt es ja auch wir haben ja letztens auch gesehen Anbieter die sich jetzt entwickeln dazu wirklich Plattformen also eine technische Plattform dafür zu bauen und auch eine Logistikplattform dafür zu bauen dass du Secondhand Sachen dass du quasi ein Abo oder eine Rückgabe wieder anbieten kannst schon spannend ich bin mir jetzt gar nicht sicher bei Vinted da ich jetzt ehrlicherweise nicht der Kunde bin ja ich muss gerade parallel mal schauen wie die das machen ich hätte jetzt aber vermutet dass es eigentlich eher ein Marktplatz in dem Sinne ist ja ich frage mich noch gerade die haben 700 Mitarbeiter habe ich gesehen dann wäre ja fast spannend zu überlegen was die dann genau machen weil ich hätte jetzt vermutet das ist ein Teil Logistik und Plattformentwicklung das ist so der Klassiker ja das wäre natürlich super spannend und sie bauen das Berliner Büro aus das finde ich auch cool ja also das war zumindest wir kommen ursprünglich aus Litauen glaube ich bitte weiß ich richtig kommen ursprünglich aus Litauen genau genau also ist wirklich hochinteressant und ich meine man hat die schon länger auf dem Schirm dass die jetzt so aggressiv nochmal wachsen hätte ich einfach nicht vermutet aber sehr cool du und mit Blick auf die Zeit lass uns doch mal du hast ja noch ein anderes Thema dabei das ist auch spannend das kannte ich gar nicht ich auch nicht aber auch eine große Runde ja große Runde nennt sich Juma wie von Juman nur ohne N ich glaube das ist so der Name sehr kommt und dann erklärt sich auch schon so ein bisschen worum es geht ich weiß nicht ob ich es wirklich richtig inhaltlich zusammenfassen kann aber die haben auf jeden Fall eine 130 Millionen US-Dollar Series C gemacht ja teilweise Debt dabei also ein Kredit dabei aber ich glaube 100 Millionen Equity schon also ein großes Thema und was die machen ist die unterstützen Krankenhäuser dabei ihre Patienten remote weiter zu behandeln oder eben sie gar nicht erst auf Station zu nehmen das ist natürlich wir alle kennen jetzt so aus dem letzten Jahr und wir hatten uns vorher nie interessiert die Statistiken wie sehen dann eigentlich die Intensivstationen aus und deren Belegung war ja ein Riesenthema dank Corona und ich finde es super spannend weil das ist das was wir also ich habe hier so ein Armband und meine Apple Watch also ein Bootband und alle möglichen Daten liest man irgendwie aus und dann gibt es auf der anderen Seite ja auch irgendwie das ganze so Krü und so diese ganzen sagen wir mal ich kann es vom Arzt machen aber Krankenhäuser hatte ich davon ehrlicherweise noch nichts von gehört und manchmal habe ich mir so gefühlt auch diese Krankenhäuser die sind einfach irgendwie echt nicht state of the art in ganz vielen Ecken aber die haben mit ich glaube mit dem staatlichen Krankenhausanbieter in den USA oder der in der Krankenkasse da irgendwie eine Koop gemacht schon länger und bauen das jetzt eben auch weiter aus das finde ich schon mega spannend die machen im Prinzip neben die Biomarker also Blutdruck pipapo haben sie irgendwelche Geräte die du mit nach Hause bekommst so habe ich das verstanden die werden gesammelt dann gibt es natürlich wieder irgendwie eine AI da drin die brauchst du ja auch immer dabei die dann diligent irgendwie die Ärzte warnt wenn irgendwelche sagen wir Indikaturen dafür sprechen dass Patient wahrscheinlich in Not kommt oder dass man irgendwas ändern muss finde ich ganz spannend vor dem Hintergrund dass eben Krankenhäuser ja durchaus eher voll als leer sind dieser Tage aber auch einfach so in Ressourcenschonen da und auch als Patient Patientin fände ich es besser zu Hause sein zu können wenn ich jetzt nicht ein Hardcore-Patient bin der oder die dann irgendwie eine tägliche oder stündliche Visite bräuchte Es erschließt sich einem sofort irgendwie das ganze Thema Absolut und ich finde es auch einfach es gibt uns mehr Spektrum also mehr Variationsmöglichkeiten in der Betreuung von Menschen und ich meine wer möchte nicht lieber zu Hause sein also ich glaube es gibt auch genügend Patienten die gar nicht gerne ins Krankenhaus gehen und das dann vermeiden vielleicht schafft man es diese dann eben auch zu betreuen über eben solche Schnittstellen dass sie auch leichter wieder nach Hause gehen können dass man auch schneller wieder nach Hause gehen darf wir wissen ja alle wie es im Krankenhaus sein macht irgendwie keinen Spaß Essen schmeckt in der Regel nicht unter anderem die Atmosphäre ist irgendwie strange also wenn ich dann anstatt irgendwie fünf Tage oder zehn Tage im Krankenhaus irgendwie einen halben Tag oder einen Tag da bleiben kann und dann nach Hause gehen kann und sagen wir mal einfach weiter betreuen werde ist es ich glaube A für das Krankenhaus und für das Gesamtgesundheitssystem massiv ressourcenschonend Ja ressourcenschonend aber bringt natürlich irgendwann also die Frage für mich wäre da ist das Krankenhaus sieht es quasi Juma hinterher als Partner oder als Konkurrenten also sieht man das eher als Gefahr dass dann plötzlich so ein Krankenhaus vielleicht auch gar nicht mehr was nicht durchfinanziert werden kann und plötzlich eine Konsolidierung in dem Bereich stattfinden könnte Ja du bist mir tiefer ins Krankenhaus reinschauen habe ich mir älterweise vor zig Jahren mal gefühlt angeschaut wie so eine P&L also wie so ein eine G&V von einem Krankenhausarzt schaut ich meine am Ende des Tages verdient die wahrscheinlich am meisten an den richtigen OPs die werden ja bei deinem Dasein es geht ja mehr um die Betreuung und die Betten die du belegst und am Ende des Tages wir haben uns mal vor ich glaube ein Dreivierteljahr eine Startup angeschaut die in UK Psychotherapeuten geholfen haben wo auch gesagt haben hey aber die Anamnese zum Beispiel und die Behandlung erleichtert schaden die sich damit nicht selbst sondern wie gesagt nee das Problem ist einfach das Gesundheitssystem ist überlastet an ganz vielen Stellen Krankenkassenbeiträge sind viel zu hoch um es mal so zu sagen würden alle am liebsten die Betreuungsindemensität erhöhen aber irgendwie die Kosten reduzieren ich glaube nicht dass das konträr ist weil also die Ärzte selbst glaube ich die meisten dann schon auch hypokratische Eid und Co Menschen helfen wollen und alles was ihnen hilft Menschen zu helfen in der richtigen Intensität glaube ich wird auch vorangehen ja wollen wir hoffen dass es genauso ist wie du sagst klingt auf jeden Fall gut was ich hier spannend finde noch bei der Runde da war eine ganz Menge großer Firmen noch dabei die sich beteiligt haben absolut habe ich auch gesehen aber das ist jetzt nicht die typische Runde man sagt ja immer so das ist jetzt glaube ich Bayer mit dabei dann Unilever Sony Samsung Hitachi und da habe ich so okay hat auch ein normaler V10 in der Liste und das ist tatsächlich spannend ja also das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden warum das so ist weil meistens sagt man ja so hey wenn du wenn du Venture machst dann versuchst du erstmal einen unabhängigen VC oder einen Investor zu finden und nur wenn du da nichts findest gehst du zu einem Semistrategen insofern spannend dass sie es gemacht haben das ist aber auch glaube ich wieder jetzt kein einfaches Thema wenn du wenn du große Krankenhäuser Krankenhausketten und Krankenkassen da in diesem Stil und dann wahrscheinlich auch noch in gewisser Weise jetzt nicht Happy Asset aber Happy Technology so und ich kann mir vorstellen dass es dann nicht einfach war die ersten Investoren zu finden ja und vielleicht helfen dann solche Partner eben mit ihrer Strahlkraft auch noch mit ihrer Brand einfach so Türen zu öffnen weil hier muss man man muss ja wirklich wahrscheinlich hier sehr sehr stark überzeugen hinterher wahrscheinlich da geht es viel um Vitamin B wahrscheinlich und die haben ja dann häufig schon die Beziehung zu den Krankenhäusern genau nee also echt ein cooles Thema bin mal gespannt wann das nach Deutschland kommt also ich habe verstanden ich glaube UK und USA sind die unterwegs und also hat auf jeden Fall das Potenzial glaube ich groß zu werden mal schauen sind wir mal gespannt sind wir gespannt also das war jetzt wieder war ein cooler Ritt muss ich sagen und vor allem auch mit Stephanie hat mir echt Spaß gemacht sowas hier mal zu präsentieren einfach mal eine Verkündung quasi mit dem Startup selbst hat man auch nicht alle Tage also cool dass du sie mitgebracht hast danke dafür und dann hören wir uns wieder in vier Wochen ne äh ja sehr wahrscheinlich super Christoph klasse hat Spaß gemacht wie immer vielen vielen Dank dann bis dahin und schönen Feiertag wünsche ich dir auch danke dieser Beitrag wurde präsentiert von Beiten Burkhard den Venture Capital Experten maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit Startup Insider Daily der tägliche Nachrichten-Podcast der deutschen Startup-Szene ja das war's für heute Vormittag das war eben Christoph Behn von Better Ventures und wie gesagt zu Gast war Stephanie Mayer von V-Coach ich find's total cool dass wir hier Investments verkünden können es hat mir echt großen Spaß gemacht herzlichen Glückwunsch nochmal an Better Ventures und V-Coach für die tolle Runde und ja wir hören uns nachher wieder um 14 Uhr circa geht's weiter dann auf jeden Fall zu Gast Johannes Siebers der Co-Gründer und CEO von Holidoo ich hab's ja vorhin gesagt 37 Millionen Euro wurden eingesammelt und bei uns zu Gast Peter Specht von Creandum dann reden wir über das Thema Influencer und über das Thema Mental Health also es bleibt spannend euch vielen Dank fürs Zuhören bis nachher alles Gute Ciao Diese Folge wurde präsentiert von Lendis deinem Partner beim digitalen Workplace Management mehr Informationen auf www.lendis.io slash startup-insider www.lendis.io